Hey, sag mal, was war das denn letztes Mal? Du hast erzählt, du seist ein Prophet. Das hast du mir doch gesagt. Wusstest du, dass du ein Prophet bist? Jetzt wird's schon ein bisschen wild. Ja? Mein Mann ist heute nach Hause gekommen und er hat behauptet, er sei ein Prophet. Ich weiß, ich hab's schon verstanden. Okay, gut. Aber wenn wir schon dabei sind, am Anfang der Veränderung ist es jetzt der richtige Moment, das Ganze zu kalibrieren. Zu was? Deinen Kompass richtig zu setzen, damit deine Veränderung nicht in ein Extrem verläuft. Nur wegen diesem einen Scherz? Klar. Nee, natürlich nicht. Aber jetzt hör mir mal zu, das wirst du dir merken. Das Maß aller Dinge ist die goldene Mitte. Allah SWT sagt, Und so haben wir aus euch eine Gemeinschaft der Mitte gemacht. Ich als kleines Teilchen der Gemeinschaft soll in meiner Veränderung die Mitte anstreben, also zwischendurch auch etwas Verbotenes tun? Nein. Die verbotenen Dinge, die werden nicht mitgezählt. Es geht hier um die absolute Mehrheit aller erlaubten Dinge. Da sollst du die Mitte anstreben. Also beispielsweise beim Essen, beim Sport, beim Schlafen. Ja genau, es geht um den Ausgleich in all diesen erlaubten Dingen. Ausgeglichen zu essen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und beim Sport, wie du es gesagt hast, denn auch dort, wenn du es übertreibst, ohne Pausen, dann wird dein Körper krank. Und so hält dich diese Mitte gesund, körperlich, mental und führt dich dann zu dieser erfolgreichen Veränderung. Und schau, alles Extreme lässt dich ohnehin nicht lange halten. Und du wirst viel Zeit und Energie damit verlieren. Zeit für meine Entwicklung und meine Veränderung? Insbesondere, wenn du ideologischen, religiösen Extremismen verfällst, dann, dann verlierst du viel Zeit. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, inna dina yusrun valay yushadda dina ahadun illa ghalabahu Diese Religion ist simpel, einfach aufgebaut. Und keiner macht diese Religion hart und kompliziert, ohne dass sie ihn überwältigt. Überwältigt? Ja, weil die Denkweise und die daraus resultierenden Lebensformen gegen die menschliche Veranlagung gehen. Und dieses Übertreiben dich dann zum Aufgeben drängt. Also meine Veränderung soll die Mitte anstreben und damit werde ich erfolgreich. Das klingt alles sehr vernünftig, aber sind wir Menschen immer so vernünftig? Und das mit der menschlichen Veranlagung, das habe ich nicht verstanden. Ja, das ist ein guter Punkt. Darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Wo treffen wir uns? In der Mitte?